recht herzlich willkommen zur 25 folge von stelares ja letztes mal unsere flotte von einem 1,5 millionen 1000 schiffe schlachtfeld weggeschickt zu einer anderen ecke und naja da soll man weiter gucken negative bilanz haben wir immer noch zeitkritisches projekt okay das sind zeitkritisches projekt das müssen wir noch starten erfordert ein forschungsschiff weltraum schlachtturm von unserer administration spune okay auf karte verfolgen geht zu haben wir ein schiff das dahinten gehen wir erstmal zu dahin da ist es okay und dann erforschen erfurt ein forschungsschiff wo sind die beiden denn was machen die denn das erkundet unbekanntes system abatrios system oder so ähnlich heißt das ja da sollte man natürlich mal hinfliegen dann aber jetzt ist die frage und wo das ist hier und wo ist ein forschungsschiff heute mal das ist der das ist neutrale flotte forschungsschiff das ist unsere kampfflotte oder wenn wir darauf klicken wird das angezeigt nein das ist aber jetzt auch gerade nicht so schön so nee traveler und das andere war shelter oder wer war das wiper und traveler sind die zwei schiffe shelter ist das da haben wir dann haben wir da ist noch ein schiff das ist aber das kolonieschiff jetzt sehe ich gar nicht wo das forschungsschiff ist können auf jeden fall mal hier oben laufen lassen da unten sind sie wahrscheinlich ne weibbar und traveler genau ok das geht nach der fraktion gegründet ok na kann ich auch nicht ändern oh da ging jetzt aber was los machen wir gerade pause was wollen die hungertod ja hier kritische ressourcen knappheit monatsbilanz minus 40 das wird immer schlimmer hier mit der energie kriegen wir gar nicht mehr in griff oder was das projekt ist klar unruhen ok das ist hier also das liegt einfach daran dass wir nichts zu essen haben kann man das denn ausbauen verbessern geht nicht da geht es auch nicht da geht es auch nicht da fehlt sogar einer ja da sollte man überlegen was man macht naja ingenieur forschung sagt der geht jetzt dahin das ist wichtiger glaube ich das ist der da frei das essen ist belegt das ist nicht wichtig essen ist jetzt erstmal wichtig hier hier geht ja ist ja gar nichts und da sitzt einer drin dann können wir den noch so machen oder da oben wieder hin läuft gerade ein bisschen aus dem ruder oder wie soll man das sagen warte mal das ist blau plus 13 dann brauchen wir das nicht alles anders auch plus 13 spielt also keine rolle hier wir brauchen allerdings hier mehr plus 12 im monat das ist schlecht wo haben wir denn noch ein feld und nix drauf ist da wäre nix das silo kann man nicht verbessern das ist die frage ob man das überhaupt hier bräuchte eigentlich da unten können wir ein gebäude verbessern dann machen wir das doch mal ich habe vergessen den auszumachen da gehen wir mal gerade in die option und schalten den herrn aus weil der ist nicht so nett also schon nett aber der so so da verbessern war hier könnte man auch noch verbessern derzeit im bau und da verbessern war es hat nachbareffekte verbessern geht nicht es ist alles grau hier geht verbessern gleich auf kraftwerk 2 verbessern da ist nichts mit verbessern äpfel da haben wir schon geguckt oder nahrung heißt es ja hier können wir nichts verbessern ja das ist jetzt schlecht weiterlaufen diese forschungsschiff von wem von uns nein das ist ein fremder das ist ja unser das wird jetzt gerade hier immer schlechter 38 das ist hier jetzt gerade ganz schlecht da müssen wir überlegen warum stationsunterhalt das ist das teure aber da kann man nicht direkt anklicken ja da müssen wir mal überlegen ob wir da nicht was abreißen wir haben ja hier auch so unseren bereich erweitert aber nicht so gut hier sind alle sachen das grüne ist ausgebaut hier unten könnte man noch was ausbauen aber dafür müssen wir wieder uns vergrößern in dem sinne ich sehe ohne angst wo ist da noch was auszubauen ich glaube nicht ne das ist schon ausgebaut gibt es denn sachen die wir in überfluss haben ja dieses hier in noralien wenn wir das jetzt abreißen ne das geht ja bestimmt dann lass uns mal noch mal den stationsunterhalt 39 39 39 39 wenn wir den erwarten mal das sind zwei ja wir suchen mal ein einer und reißen den ab das ist vielleicht sinniger wenn wir den dann überhaupt finden das sind alles 24 keine ahnung wo der andere herkommen muss wohl von dem planeten lang kommen hier sind acht dran naja sechs hier sind zwei sind auch zwei da die haben wir nicht ausgebaut wie sieht es denn hier in dem aus immer jeweils zwei wir reißen jetzt einfach eine ab ja so kurz mal laufen lassen und mal reinschauen 58 39 das wäre ein weniger das bedeutet da kannst du abreißen wer weiß wie ne zwei stimmen jedes mal hier tauscht sich das und ich muss die station anklicken 35 ja das bringt nix diese ganzen sachen gebaut zu haben dann abreißen wir sind definitiv da viel zu teuer mit unterwegs wir haben auch da zu viel plus das ist ja auch schon voll gelaufen das lager das war ja dann so eine tolle sache das zu machen da war nur einer zack weg auch weg wohl die bringt uns viel mit einem punkt glaube ne dann sollten wir das vielleicht lassen also zustimmen das sind vier wahrscheinlich mit einem punkt dann kommen wir hier mal rein bei hitze das sind sogar acht mit einem lassen die top dinger dann ist hier oben noch was nein da haben wir ein dreier stehen den haben wir schon da geht noch was abreißen ja tschuldigung da ist da nix mehr guck mal gerade hier rein das waren zwei vier lassen wir hier ist noch ein zweier abreißen gut wo sind denn noch welche hier in dem system findet sich auch noch so was weg so da ist nur einer weg 5 ist es in einem nein weg nee das war verkehrt da unten muss das hin 26 der dreier geht auch weg da kam hier wieder was kriegs erklären ok ich bin gerade dabei was zu managen das im back kriegen wir gleich noch in den griff denke ich hier ist auch nur noch einer davon da kommt schon der ist schon abgerissen so das müssen wir mal schauen was wir sonst noch so weg machen können hier zum beispiel da gehen wir noch mal rein das muss weg das ist ein system was wir dann nicht mehr in irgendeiner form haben energie brauchen wir hier ist noch was das ist noch mal weg so wird immer besser aber noch nicht gut genug hier rein gucken jetzt das weg das hier kostet uns auch zu viel können wir auch weg machen ja 21 was ist das da für einer 4 2 der kann auch noch weg haben wir den nicht abgerissen gerade ne das war der daneben alles klar und hier fliegt auch noch einer raus oder der fliegt noch raus außen posten ne ist bestimmt auch so ein teurer unterhalten ne da ist eine forschung zu ende gegangen kernsektorsysteme ja staatskunst hört sich gut an was ist hier biologischer fahrt diese technologie zu weiteren fortschritten ja das ist auch nicht schlecht dann sind unsere leute die ich nehme das dann wenn die hier die sterne haben dann sind die nicht so schnell kaputt in aktive gebäude genau aber das ist jetzt nicht so wichtig so ich glaube hitzel sind wir durch kommen wir mal da rein das sind vier drei hier ist nur einer der kann auch noch weg wir haben noch genug davon und und was haben wir denn noch das sind drei zehn haben wir noch ne das lassen wir erstmal das ist nur einer und zwei ne ist nur einer hier gehen wir nochmal rein die können wir auch noch weg machen die zwei hier ja wir kommen langsam von den 13 da noch runter aber warum ist das da ist achso das sind zwei deswegen wurde das so angezeigt alles klar jetzt müssen wir noch so ein paar abreißen hier das ist ein dreier kommt weg neuner äpfel das ist alles minus das ist alles schlecht so haben wir hier oben nein haben wir sowieso nichts hier sind vierer da ist noch ein dreier den wollen wir behalten das sind vierer den sollten wir auch behalten hier ist noch was mit zwei der weg und ja das ist jetzt die energie die wir behalten wollen die kostet uns eine bringt aber zwei also da müssen wir auch nochmal genau hinterher gucken dann ne ja das bleibt so hier nochmal demis prime reingucken das bringt uns drei das ist schon weg hier ist noch einer das ist schildern das weg sieben noch ich sehe keine mehr jetzt ne doch hier ist noch was ne nicht die flotte das weg zustimmen da war jetzt auch noch gerade was los das system ist erkundet forschungsschiff ist das und das forschungsschiff für so sind wir als voll sind sollte mal das erforschen ne ach so das kann ich jetzt wieder nicht machen warte mal dann gehen wir auf die karte und schicken die da unten hin lass mal raus das spezial produkt im system untersuchen passt so hier unten ist nichts interessantes mehr da ist noch einer das ist dann der oder weg was das system erkundet kann weg so wir brauchen noch sechs einstellungen die da weg müssen das ist hier das ist da hier ist wahrscheinlich ein vierer genauso wie da auch aber wissen tun wir das auch nicht ne das ist wirklich ein vierer das ist ein außenposten ja gucken wir hier rein den haben wir schon weg das sind vier da ist noch ein zweier ist der aber das da der geht weg das ist jetzt aber dieser hier gewesen aber das ist egal energie 2 und das ist energie das ist energie brauchen zu viel energie was können wir denn noch abschaffen hier schiffsunterhalt aber wir brauchen schiffe das nützt nix wir brauchen schiffsunterhalt können jetzt noch hier mal dimitris prime reingucken das ist ein 5er das ist ein 3er den werden wir jetzt auch noch weg machen den werden wir jetzt auch noch weg machen 4 ja eine neue fraktion gegründet genau das ist ein 6er ne ein 4er der 2er ist dann hier oder was ne da ist er weg so jetzt brauchen wir noch drei stationen die wir wegkicken irgendwo so ein grüner noch zugange es sind ja nur noch fast hier unten ein euro nenne da forschen wir oder entdecken wir forschen das was anderes gehen wir mal hier rein das ist das jetzt das sind aber vier genug Prime umruhen ja komm, hat keinen Sinn das muss trotzdem da jetzt passieren dass wir das weg machen wir haben auch noch 14 über von denen jetzt zustimmen so hier ist noch was bei Reiterra zack weg so, dann sind wir bei 0 erstmal angekommen und 5 haben wir jetzt noch 5 Ressourcen Plus da wären 5 haben wir noch irgendwo was na den können wir noch, aber kommt das System hier noch und dann haben wir ein Plus so aber ein Plus haben wir nicht wirklich, ne Armeeunterhalt, ja dann sind wir da schon mal ein Stück weiter Kriegserklärung aber nicht bei uns, okay weg damit ja, was machen wir jetzt damit, ne so, da haben wir gerade mal ein Plus aber wir haben 9000 da schon gesammelt jetzt ist das ums Essen erstmal wichtig wir müssten erstmal zusehen, dass wir was zu essen kriegen jetzt hier ist das denn auch so eine Station dann hier? ich glaube nicht, oder? was machen wir denn, wenn wir da ersetzen? zack, 3 Äpfel aber die kann ich nicht mehr da muss ich schon was anderes machen nein wir müssen überlegen, dass wir da was anderes machen und zwar 1, 1, 1 was können wir da ersetzen, durchessen, geht das? ja, geht ja, geht ist das schon ersetzt? nein, ne, das war ein anderes hm, was können wir noch entbehren? hier unten ist das brauchen wir jetzt gerade alles oder ne, warte mal das können wir doch ersetzen durch Essen so, das wird dann dadurch ersetzt und diesen auch die bringen uns ja nix, ne? ja, die kosten wahrscheinlich ein und okay, das ist glaube ich das Forschungsschiff, was uns diese Info bringt hm, könnte hier so schön lesen, ne? okay interessant und wir müssen hier definitiv erstmal was zu essen haben das war ja nix anderes, ne? oder? so, das, das da geht auch noch was wir haben ja nicht hier noch was besseres mit Essen ne? so, das wird jetzt erstmal gebaut das sind, glaube ich, eins, zwei, drei hier, der wird auch schon gebaut vier mal drei, oder? also zwölf, müsste klappen technologie erforscht so ähm können wir Mineralien mehr speichern sind das hier Mineralien, ne? hm die gehen jetzt aber auch gerade unter das sind noch mal nachbrenner halben, noch mal nachbrenner hm ja, ich nehme das erste gut, was haben wir hier? Handelsangebot schon abkommen ich weiß nicht, wer das sind aber die waren daneben an ja, komm, stimme mal zu inaktive Gebäude ja, klar, weil wir Leute nicht mehr haben ich hoffe, die wachsen da noch hm 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 noch 56 Tage dann müsste das sich da oben verbessern, aber das ist leichte Minus das ist erstmal noch egal das leichte wichtig ist, dass wir hier was zu essen kriegen und was ist das noch? Einfluss okay, unser Einfluss ist auch schlecht, ne? äh noch mal gerade schneller so, damit ist das schon mal definitiv drei runtergegangen und das ist jetzt auch nicht verkehrt und die nächsten werden dann auch so sein, irgendwo wird jetzt gebaut keine Ahnung, welche da unten rechts der und dann sollte das da oben auch mit dem Essen wieder besser werden jetzt sollten wir vielleicht noch bei Dimitri Prime da runtergucken wie das da aussieht ups das war zwei draus gesucht Dimitri Prime ist das, ne? ne da ist er und da müssen wir auch nochmal bei der Oberfläche nachdenken sowas hier können wir dann nämlich eigentlich umbauen, ne? Essen ach, das müssten wir erst mal alles bauen da sind schon Leute aber da ist noch nichts gebaut bauen wir das bauen wir das und da können wir das dann auch bauen, ne? ich glaube das lassen wir erst mal so auf der Fläche ist natürlich zwei Sachen das möglich und das möglich ich glaube wir machen das damit wir mehr und bessere Reserve kriegen gut, aber das machen wir dann in der nächsten Folge dieses Jahr schon unwahrscheinlich lang geworden ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann bis dann